Montagnachmittag in der Tanzschule Sandmann in Vechta. Redakteurin Barbara Wagner trifft Tanzlehrerin Sandra Sandmann zum Interview für die neue Promenade. Barkonzept heißt die neue Fitnessart, die hier angeboten wird. Was findest du, ist das Besondere am Barkonzept jetzt aus deiner Sicht? Ja, es ist komplett anders als alles andere, was ich kenne. Das geht absolut in die Tiefenmuskulatur. Bei diesem Termin bleibt es aber nicht nur beim Interview. Nein, Promenadenredakteurin Barbara wagt den Selbsttest und macht das Training direkt mit. Promenadenfotografin Martina Rönnau hält dabei die besten Momente mit der Kamera fest. Nach ein paar Aufwärmübungen geht es an die Ballettstange, denn diese wird beim Barkonzept ins Trainingsprogramm integriert. Wie es Barbara Wagner mit diesem Sportprogramm ergangen ist und welche Momente Martina Rönnau mit der Fotokamera eingefangen hat, erfahrt ihr in der Spezialausgabe der neuen Promenade zum Thema Gesundheit. Das Magazin gibt es in den Filialen der Oldenburgischen Volkszeitung, im gut sortierten Zeitschriftenhandel, als Print-Abo oder auch kostenlos als E-Paper. F Cristo in dem Filialen der Lilien 0 9 7 8 9 7 8 Vielen Dank.